Das Komitat Biha war eine Verwaltungseinheit des Königreichs Ungarn. Heute liegt der kleinere Teil in Ungarn, der größere Teil in Rumänien. Lage und allgemeines. Es grenzte an die Komität Bekes, Haidu, Schaboc, Satma, Szilagyi, Klausenburg, Torda Aranjos und Arad. Früher war die Gespannschaft Biha das größte Komitat des transisianischen Bezirks des königlichen Ungarn. Es umfasste ein Gebiet von 10.611 Quadratkilometer. Das Relief des Komitats war äußerst unterschiedlich. Im Osten herrschte das West-Siebenbürgische Gebirge vor, im Westen das große ungarische Tiefland. Das Komitat bildete den Großteil der sogenannten Kresaner, da durch sein Gebiet zwei Kreischflüsse flossen. Die Kresul Repede und die Kresul Negeru. Das Gebiet war so groß, dass es in mehrere ethnografische Gegenden unterteilt wurde. Ein weiterer Hauptfluss der Gegend war die Beratio. Die Volkszählung 1910 erbrachte eine Bevölkerungszahl von 646.301 Personen. Darunter waren 365.642 Ungarn, 265.098 Rumänen, 3.599 Deutsche und 8.457 Slowaken. Die Ungarn lebten vor allem im Flachland des Komitats, die Rumänen im Gebirge, die Deutsche in den Städten und die Slowaken rund um die Orte Suplakudepakau und Sintoy. 249.613 Personen bekannten sich als Calvinisten, 233.159 als Orthodoxe, 68.019 als Katholiken, 57.488 als unierte Katholiken und 32.462 als Israeliten, Bezirksunterteilung. Das Komitat bestand im frühen 20. Jahrhundert aus folgenden Stuhlbezirken. Die Orte Beratioifalu, Biha Keres des Tiretske und Biha Nagibajom liegen im heutigen Ungarn, die restlichen Orte in Rumänien.